Seit April läuft die Jubiläumsstaffel von Sing Meinen Song, das Tauschkonzert, im TV. Nun müssen die Fans sich von Johannes Oerding, Stefanie Klos, Lea, Montes, Clueso, Ali Neumann und Nico Santos verabschieden. Sing Meinen Song – emotionale Jubiläumsstaffel Seit 2014 erfreut sich Sing Meinen Song, das Tauschkonzert, großer Beliebtheit. Das Konzept – sieben deutschsprachige Musiker treffen sich an einem ruhigen Ort und covern gegenseitig die Songs voneinander. In diesem Jahr flimmert bereits die zehnte Staffel der Musikshow über die Bildschirme. Gastgeber Johannes Oerding kam in Südafrika diesmal mit Stefanie Klos, Lea, Montes, Clueso, Ali Neumann und Nico Santos zusammen. In jeder Folge können die Fans sich nicht nur über gute Musik freuen, sondern auch über emotionale Geschichten. So plauderte Johannes Oerding, 41, über ein Duett, das er zusammen mit seiner Ex Ina Müller, 57, geschrieben und aufgenommen hat. Clueso, 43, sprach über seine Zeit in der Kinderpsychiatrie, Montes, 29, über seinen verstorbenen Vater. Doch nun müssen die Fans stark sein. Die vorerst letzte Sing Meinen Song-Folge steht an. Sing Meinen Song geht zu Ende. Seit dem 25. April läuft die zehnte Staffel von Sing Meinen Song jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf VOX. Nun geht die Staffel zu Ende, wie gewohnt mit den lang ersehnten Duetten. Für die heutige Folge am 13. Juni sollten die Zuschauer ihre Taschentücher bereit halten, denn via Instagram kündigt der Sender an. Der große Tag der Duette Gesicht mit umamenden Händen, das wird mega Spitzenklasse super und sehr emotional zwei erhobene Handflächen. Die Vorfreude bei den Fans ist riesig. Gleichzeitig sind sie aber auch traurig, dass die Staffel zu Ende geht. So kommentierte eine Followerin den Beitrag etwa mit. Schade, dass die Staffel schon wieder rum ist. Ihr habt für wundervolle Abend gesorgt mit tollen Stimmen, wunderbaren Interpretationen, Gänsehaut, Tränen und Lachen. Schade, dass die Staffel schon wieder rum ist.